Wir bekommen nur eine Chance, weil alle jungen Männer weg sind. Oder sterben. Aber diese Chance, einfach so in den Wind zu schlagen. Selbst wenn man einen so schmerzlichen Verlust erlitten hat. Geben Sie damit nicht dem Tod die Herrschaft über das Leben? Haben Sie ihn schon gesehen? Unseren Film? Sollten Sie. Er ist sehr gut. Ich bin unglaublich gut. Und Sie auch.